Das ist halt nie wieder was. Ah ja. Oh Das GPM oh ne robot shoot you there shoot die man anders das soll das Xena-Teller, das ist ein Problem, Alter. Kommen wir nicht unendlich, solange wir das... Irgendwie werden jetzt immer mehr. Ja, noch einer, natürlich! Guck mal, Energie, Alter. Was gibt es da nicht? Karte hinaufruhen, bitte. Okay, jetzt muss ich das Ding erstmal hier durchziehen ein bisschen. Sehr freundlich, sehr freundlich, sehr freundlich. Ich muss da eigentlich hin. Da, ne? Ist klar. Stemme, bitte. Ja, wir haben einfach sterben, okay? Danke. Noch ein kleiner, oder? Äh, ja, ich glaube schon. Komm da. Guck mal, jetzt kommt man irgendwo. Ich glaube, ich bin jetzt stört einfach, ne? Ja, wir haben auch wieder bestimmt. Danke, danke, danke. Nee, also das möchte ich nicht. Die Stimme sind auch nicht, ne? Ah! Also das hat meine Frage beantwortet. Zum Großteil zumindest. Danke, danke, danke. Wir haben gerechnet, ob das überhaupt funktioniert hier, dieser Munkel. Zack. Das war alles Nachlaufs, was wir haben. So, uah, übiges Nachladen haben wir nicht mehr. Und hier, uah, übiges Nachladen. Eigentlich haben wir nur so eine Kreissäge, so ne, so ne. Aus dem Werkunterricht mitgenommen. Ein bisschen gepimpt. Ich bin mir gegen die Gegend raus. Alles hier ausräumen, weil jetzt brauchen wir ganz viel Munition für diese drei Viecher. Aber wir speichern, ohne dass er uns trifft. Ich glaube nicht, ne? Nee. Geht, es sind doch nur zwei. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich laufe da lang, mach als erstes so ne Bombe ranheften und dann gehe ich weiter. Das soll von hier machen. Nee, das geht niemals so weit. Ja, das schließt ja wirklich nicht. So, hier meint das. Und hier. Betroffen? Doch. Gar nichts. Lol. Er ist da. Oh. Ich hab die Ami doch... Ich hab die Ami doch in den Bauch. Ich hab die Ami doch in den Baum, ne? Ich hab die Ami doch in den Baum. Ich hab die Ami doch in den Baum geholfen. Das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist billiger, wenn ich so mache. So hier. So. Boom. Ich will doch. So, was ist das für mich? Ja, Mann. Jetzt kann ich jetzt mal ganz in Ruhe shoppen. Ja, ich habe bei Easy, habe ich hier ganz oft... Ja, mache ich auch gleich. Ich gehe jetzt mal shoppen. Das Wichtigste. Was hier so ein Shop ist, ist so richtig cool, Mann. So richtig cool. Ich habe kein Geld dafür, Mann. Ripper Munition, ja, Mann. Brennstoff kann auch weg. Okay, weiter geht's. Ich brauche noch Medikits noch. So. 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 Jetzt haben wir ordentlich was vorgesorgt. Wir müssen erstmal diesen hässlichen Raum rein, aber vorher speichern wir ab.